Showa Higashi, 70 Zentimeter weiblich, auch im Finishing, Sumi, kommt gerade hoch, kriegt noch eine sehr schöne Kopfzeichnung, neben Maruden kommt noch Sumi, sieht man hier, auch hier noch, hat einen sehr guten Body, ist jetzt neun Monate da, Endmaß bei dem Fisch über 80 Zentimeter. Die Higashi ist ja bekannt in der Aichi-Präfektur in Japan für seine großen Koi, also die haben nicht selten einen Meter und mehr. � FARI also die ... ... ... Vielen Dank.